Dunkelheit und Regen, Nässe und Nebel. Schlechtes Wetter und schlechte Sicht kommen oft gemeinsam. Wer mit einem Schirm unterwegs ist, nimmt sich häufig selbst noch das Licht der Straßenlaternen. Mit dem Fahre Skylight haben Sie jetzt Ihre eigene Straßenlaterne immer dabei. Beim Öffnen des Schirms schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein. Beim Schließen oder auf Knopfdruck sofort wieder aus und schont so die Batterien. Das Licht bietet nicht nur eine bessere Orientierung in der Umgebung. Der beleuchtete Bezug ist auch von außen ein Hingucker und kann für eine höhere Aufmerksamkeit sorgen. Der Skylight bietet ansonsten die gewohnten Qualitätsfeatures wie unser hochwertiges Windpuffsystem und kann mit einem Druck auf den Segmenten oder mit einem Doming oder Lasersticker veredelt werden. Preislich ist der Schirm ab einer Menge von rund 100 Stück zu einem Industriepreis von unter 15 Euro erhältlich. Ein innovatives Produkt für zukunftsweisende Unternehmen.